Malen mit Katja. Ich stelle mir einen Zahn vor. Ich stelle mir eine linke Brust vor. Exquisite Wahl. Ich stelle mir ein Blatt Papier vor. Ich stelle mir eine rechte Brust vor. Exzellente Wahl. Ich stelle mir eine Kniescheibe vor. Ich stelle mir eine Penis vor. Wunderschön. Ich stelle mir eine Abschlusskarte vor. Ich stelle mir noch einen Penis vor. Natürlich, exquisite Wahl. Ich stelle mir einen Brustwarzenhof H vor. Ich stelle mir einen schwarzen Nippel vor. Welch gute Wahl. Ich stelle mir Schokocreme vor, weil die aussieht wie Kakao. Und nun seht ihr, wer schöner gezeichnet hat. Titten, Penis, Schokoladencreme und sonst so Zeug. Ihr seht, ich finde, ich habe damit eindeutig gewonnen. Nein, ich habe viel besser gemalt. Oder? Guckt euch diese Schokoladencreme Vernichtungszentrale an. Perfekt. Nein. Tschüss. Und dann preparat dir schon etwas Kakao-koesc پco. Das war steht ultimately ein few Wissen Norway. Der訂閱.